Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge. Wir spielen mit Katzen. Boah, diese Lampe ist richtig hässlich. Ja, mach dir erstmal fett Kacka. Ja, wir sind schon der Hammer. Oh, was hast du? Okay, wie lange willst du es noch machen? So. Jetzt bist du dran. Oh, die Liebe des Lebens. Sind wir jetzt Kumpels? Kumpel werden. Oh. Kumpel werden. Wie wird man denn jetzt ein Kumpel? Oh. Wir sind Kumpels. Wir sind Kumpels. Okay. Kann man mit dir auch Kumpel werden? Kennenlernen. Wir lernen ja jetzt unsere Katze kennen, Leute. Kumpels. Hä? Ist das süß. Ist das süß. Los, mach Essen. Los. Tiere zum Fressen. Rum, Bombay. Hunger haben wir eigentlich auch. Gleich machen wir auch mal selber was zu essen. Da. Ist Kind. Zeitplan festlegen. Jede. Ah, jede sechs Stunden. Das ist aktuelle Zeit. Okay. Wir essen. So, nachdem wir das gemacht haben, können wir ja gerne. Wir benutzen auch unsere Küche gar nicht, ne? Wieso auch? Wieso sollten wir unsere Küche benutzen? Don't get it. So, jetzt geht's ab ins Bettchen. Ab, ab ins Bett. Sind die Katzen jetzt die ganze Nacht wach, wenn man die nicht ins Bett ruft? Was ist das für ein Sound gewesen? Die Lotterie. Was? Hä? Was heißt das? Was ist das für eine Lotterie? Ein Lotterie loskaufen. Ah. Ah, okay. Dann kaufen wir uns doch gleich mal ein. Lotterie loskaufen. Alter, 100. 100 kostet das. Wir müssen das gewinnen, Leute. Wo sind wir? Wir haben eins. Okay. Es wird ausgelost. Also müssen wir mal schauen, was es da gibt. Ein Stück nehmen. Ne, wir gehen erst mal in eine erfrischende Dusche hier. Frischende Dusche. Wir müssen dann zwei Stunden zur Arbeit. Wir müssen ca. einer. Okay. Erstmal muss unsere Hygiene hier steigen. So. Ja, geht's dir gut? Du hast Hunger. Okay. Das hätte man auch anders formulieren können, Mrs. Das ist. So. Dann isst mal. Und auf zur Arbeit. Fleißig arbeiten, natürlich. Schachspielen. Wir haben eine Tagesaufgabe. Schachspielen. All right. Benommen. Hä? Okay. Juhu. Juhu. Wir haben eine Beförderung. Sehr gut. Okay. Wir sollen Schachspielen. Dann würde ich doch einfach mal... Feiertagsobjekte. Lustig. Viel lustig. Nee. Tiere. Nee. Äh. Schach. Schach gern. Hm. Jetzt noch Stuhl. Stuhl. Was für einen Stuhl nehmen wir denn da mal? Boah, da ist schon richtig auch mal Stuhl gerade. Der sieht irgendwie geil aus. Okay. Den können wir uns heute nicht gar nicht dran machen. Der ist cute. Gut. Können wir das nicht? Oder ist das immer so? Der ist gut. Das ist gut. Also Lynn Hingen war die große Krerzwitschefl telescopes. Das ist adjusted toalauepp聞ke. Okay. LOOK. Stuhl. Und ich glaube. Just hatten wir sie nicht zur strizen. Oder wir dejar nicht los. Und ich würde jaunайте sie nicht. Aber rico govern es super. Nu also ein bisschen schachlaugen. Das ist auch etwas gar nicht. Um因ذا beschäftigt. Ah, warte. Jetzt geht's. Okay. Ich hatte den gerade einfach nur falsch rum anscheinend. Wihuu. Okay. Was macht uns denn Spaß? Wir haben auf jeden Fall gar keinen Fernseher. Was ich ja irgendwie schon mal ehrlich gesagt gut finde, aber wahrscheinlich der Rest nicht so. Ha, 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 ha. Hm. Was ist denn? Wenn man das mal ein bisschen umbaut hier, aber wir haben nicht mehr so viel Geld, okay. Wir warten einfach mal auf die Lottery-Lose. Wenn wir das gewinnen, dann würde ich mich unheimlich freuen. Wo sind wir denn gerade? Wieso ist es klar, dass wir draußen noch stehen? Dann spiele doch einfach mal Schach hier. Spiele doch einfach mal Schach. Vielleicht ist das besser. Spiele doch einfach mal Schach, Mädchen. Spaß geht hoch. Spiele doch schon. Eine Sekunde. Nicht, dass mein Hund hier noch irgendwelche Kabel an Dings, ne? Äh, hallo? Nein, hallo? Wir wollen doch auf Couch verwöhnen. So, wann ist sie hier, ne? Wann ist Lottery? Wann ist das nochmal? Morgen früh, also da. Okay. Gehen wir jetzt alle hoch? Okay. Schon wichtig, ne? Mit der Miezi zu spielen. Oh, die Miezi will auch spielen. Das machen wir gleich. Ja. Okay. Es wird jetzt immer merkwürdiger. Nein. Okay. So, Leute. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.